Textbuch, ein Kurs in Wundern, Kreuthof Verlag, Kapitel 19, das Erlangen des Friedens, Nummer 4a, das erste Hindernis, der Wunsch, ihn loszuwerden, klein a, die Anziehungskraft der Schuld, Seite 410 bis 412. Die Anziehungskraft der Schuld erzeugt Angst vor der Liebe, denn die Liebe würde überhaupt nie auf die Schuld schauen. Es ist das Wesen der Liebe, dass sie nur auf die Wahrheit schaut, mit der sie sich in heiliger Vereinigung und Vollständigkeit verbinden möchte, denn dort sieht sie sich selbst. So wie die Liebe über die Angst hinwegsehen muss, darf die Angst die Liebe nicht sehen. Denn in der Liebe ist das Ende der Schuld ebenso sicher enthalten, wie die Angst von ihr abhängt. Liebe wird nur von Liebe angezogen. Da sie die Schuld vollständig übersieht, sieht sie keine Angst. Und da sie gänzlich ohne Angriff ist, kann sie sich gar nicht fürchten. Die Angst wird von dem angezogen, was die Liebe nicht sieht. Und jede von beiden glaubt, dass das, worauf die andere schaut, nicht existiert. Die Angst schaut auf die Schuld mit genau der gleichen Hingabe, mit der die Liebe auf sich selber schaut. Beide haben Boten, die sie aussenden und die mit Botschaften zu ihnen wiederkehren, die in der Sprache geschrieben sind, in der sie sie hinaus zu gehen hießen. Der liebe Boten werden sanft ausgesandt und kehren mit Botschaften von Liebe und Sanftheit wieder. Den Boten der Angst wird schroff befohlen, die Schuld ausfindig zu machen und jede Spur des Bösen und der Sünde, die sie finden können, hochzuhalten. Bei Todesstrafe keine davon zu verlieren und sie ihrem Herrn und Meister ehrerbittig vorzulegen. Die Wahrnehmung kann nicht zwei Herren dienen, von denen jeder Botschaften von verschiedenen Dingen in verschiedenen Sprachen fordert. Das, wovon die Angst sich nährt, das übersieht die Liebe. Was die Angst fordert, kann die Liebe nicht einmal sehen. Die grimmige Anziehungskraft, welche die Schuld auf die Angst ausübt, fehlt der sanften Wahrnehmung der Liebe völlig. Worauf die Liebe schaut, ist für die Angst bedeutungslos und völlig unsichtbar. Beziehungen in dieser Welt sind die Folge dessen, wie die Welt gesehen wird. Das wiederum hängt davon ab, welches Gefühl angerufen wurde, seine Boten auszusenden, um sie zu betrachten und mit der Nachricht dessen zurückzukehren, was sie gesehen haben. Die Boten der Angst werden durch Angst und Schrecken abgerichtet und sie erzittern, wenn ihr Meister sie aufruft, ihm zu dienen. Die Angst ist nämlich gnadenlos, sogar zu ihren Freunden. Ihre Boten stehlen sich schuldbewusst davon in hungriger Suche nach der Schuld, denn ihr Herr lässt sie frieren, darben und sehr bösartig werden und sich nur an dem weiden, was sie ihm zurückbringen. Auch nicht das kleinste Fünkchen schuld entgeht ihren hungrigen Augen. Und in ihrer brutalen Suche nach der Sünde fallen sie über jedes Lebewesen her, das sie erblicken und schleppen es kreischend zu ihrem Herrn, damit er es verschlinge. Sende nicht diese brutalen Boten in die Welt hinaus, um sich an ihr zu weiden und über die Wirklichkeit herzufallen, denn sie werden dir Nachricht bringen von Haut und Fleisch und von Gebein. Man hat ihnen beigebracht, nach dem Verweslichen zu suchen und zurückzukehren mit dem Schlund voller verdorbener und verrotterter Dinge. Für sie sind solche Dinge schön, weil sie ihre brutalen Hungeranfälle zu lindern scheinen. Denn der Schmerz der Angst macht sie rasend und sie möchten die Strafe durch den abwenden, der sie aussendet, indem sie ihm darbringen, was ihnen lieb und teuer ist. Der Heilige Geist hat dir die Boten der Liebe gegeben, damit du sie anstelle derjenigen aussendest, die du durch Angst abgerichtet hast. Sie sind ebenso begierig, dir wiederzubringen, was ihnen lieb und teuer ist, wie es die anderen sind. Und sendest du sie aus, werden sie nur das Schuldlose und das Schöne, das Sanfte und das Gütige sehen. Sie werden ebenso sorgfältig darauf achten, nicht einen kleinen Akt der Nächstenliebe, nicht eine winzige Äußerung der Vergebung, nicht einen schwachen Hauch der Liebe, ihrer Aufmerksamkeit entgehen zu lassen. Und sie werden wiederkehren mit all den glücklichen Dingen, die sie gefunden haben, um sie liebevoll mit dir zu teilen. Fürchte sie nicht. Sie schenken dir Erlösung. Ihre Botschaften sind die Botschaften der Sicherheit, denn sie sehen die Welt als gütig. Wenn du nur die Boten aussendest, die dir der Heilige Geist gibt und keine Botschaften, außer denen ihren willst, wirst du die Angst nicht mehr sehen. Die Welt wird vor deinen Augen umgewandelt sein, von aller Schuld gereinigt und von der Schönheit sanft überhaucht. Die Welt enthält keine Angst, die du ihr nicht auferlegt hast und keine, die du der Liebeboten nicht bitten könntest, von ihr zu entfernen und die du dennoch sehst. Der Heilige Geist hat dir seine Boten gegeben, damit du sie zu deinem Bruder schickst und sie zu dir zurückkehren mit dem, was die Liebe sieht. Sie wurden dir gegeben, um die hungrigen Hunde der Angst zu ersetzen, die du statt ihrer Aus gesandt hast und sie gehen hinaus, um das Ende der Angst kundzutun. Auch die Liebe möchte dir ein Festmahl bereiten auf einer makellos gedeckten Tafel in einem stillen Garten, wo kein anderer Laut als Singen und ein sanftes, frohes Flüstern je zu hören ist. Das ist ein Festmahl, das deine heilige Beziehung ehrt und zu dem jeder als Ehrengast willkommen ist. In einem heiligen Augenblick wird das Tischgebet von allen gemeinsam gesprochen, während sie sich in Sanftmut vor dem Tisch der Kommunion verbinden. und ich werde mich dort zu euch gesellen, wie ich vor langer Zeit versprach und immer noch verspreche. Denn in eurer neuen Beziehung bin ich willkommen und dort, wo ich willkommen bin, dort bin ich. Im Zustand der Gnade werde ich willkommen geheißen und das heißt, dass du mir endlich vergeben hast. Denn ich bin zum Symbol deiner Sünde geworden und deshalb musste ich statt deiner sterben. Für das Ego bedeutet Sünde den Tod und somit wird Sühne durch Mord erlangt. Die Erlösung wird als eine Art und Weise angesehen, bei der Gottes Sohn an deiner Stadt getötet wurde. Doch würde ich dir meinen Körper anbieten, dir, den ich liebe, wo ich seine Kleinheit kenne? Oder würde ich lehren, dass Körper uns nicht trennen können? Der meine war nicht mehr wert als der deine und kein besseres Mittel für die Kommunikation der Erlösung, nicht aber ihre Quelle. Niemand kann für irgendjemand anderen sterben und der Tod sühnt die Sünde nicht. Doch du kannst leben, um zu zeigen, dass er nicht wirklich ist. Der Körper scheint tatsächlich das Symbol der Sünde zu sein. Solange du glaubst, er könne dir verschaffen, was du willst. Solange du glaubst, er könne dir Lust geben, wirst du auch glauben, dass er dir Schmerz bereiten kann. Zu denken, dass du mit so wenig glücklich und zufrieden sein kannst, heißt dich selbst verletzen und das Begrenzen des Glücks, das du haben möchtest, ruft den Schmerz an, deine mageren Vorräte aufzufüllen und dein Leben vollständig zu machen. Das ist Vollständigkeit, so wie das Ego sie sieht. Denn Schuld schleicht sich dort ein, wo das Glück entfernt worden ist und ersetzt es. Die Kommunion ist eine Art der Vollständigkeit, die über die Schuld hinausgeht, weil sie über den Körper hinausgeht. Die Kommunion ist eine Art und die über die Schuld hinausgeht. Die Kommunion ist eine Art und die über die Schuld hinausgeht. Die Kommunion ist eine Art